Ab jetzt! Peinliche Eltern, nervige Geschwister, eben eine ganz normale Familie. Live Bytes, gleich bei Kabel 1. Nina! Nina! Katastrophe! Mama hat eine Erkältung, du musst den ganzen Tag im Bett liegen bleiben. Ja! Wir brauchen eine starke Schulter. Jemand, der an alle meine Termine denkt. Jemand, der alles unter Kontrolle hat, der mir Vorschriften macht, Regelaufschluss, uns Dinge verbietet. Damit wir armen Kinder dieser schlimmen Welt nicht hilflos gegenüberstehen. Papa! Das klingt ja dringend. Was kann ich denn für meine beiden Kinder tun? Ihr wisst doch, ihr könnt jederzeit auf mich zählen. Papa, Mama kann wegen ihrer Erkältung den ganzen Tag nicht aus dem Bett. Was sollen wir denn jetzt machen? Hilfe! Hilfe! Wir sind verloren! Rettet sich nach vorne! Wenn er uns zähltert will! So, und ab jetzt 20 Minuten stillhalten und nicht mehr bewegen. Oh nein, ich rätte mich, Linda. Eine Katastrophe bahnt sich an. Wieso? Was ist denn los? Deine Tante kommt zu Besuch? Schlimmer. Deine Tante kommt nicht zu Besuch? Quatsch! Viel schlimmer. Ich jub zum Hinterkopf. Und es soll schlimmer sein, als wenn deine Tante nicht zu Besuch kommt? Scherzkeks, sag mir lieber, was ich in dieser hochdramatischen Situation tun soll. Dich kratzen? Wie ich mich doch nicht bewegen darf. Sie schaut gerade nicht hin. Ich sagte doch, nicht mehr bewegen. Ach ja, ich dachte, das geht nur für sie. Ich habe mir nur die Hand eingeklemmt. Ich wollte sie nur wärmen, weil hier zieht es nämlich leicht. In den nächsten 15 Minuten wird es deine Hand auch mollig warm haben. Unter der Haube wird es nämlich ziemlich heiß. Und ich kann das Programm leider nicht mehr abstellen. Wie geht es eigentlich deiner kleinen Schwester? Gut, warum? Na, weil du schon lange nicht mehr erzählt hast, dass sie dir auf die Nerven geht. Ach, liegt vielleicht daran, dass ich Molly seit einer Woche bei Brot und Wasser im Keller gefesselt halte. Äh, was? Das gibt es doch nicht, Nina. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschenrechte. Das hätte ich nicht von dir erwartet. Und damit liegst du auch total richtig. Das war doch nur ein Scherz, Susa. Oh Mann, und ich dachte schon, ich musste deine Eltern alarmieren. Quatsch. Aber wo du gerade davon sprichst, ich glaube, dass Papa im Moment einen positiven Einfluss auf Molly hat. Ich habe alles gehört, was ihr in der letzten halben Stunde besprochen habt. Na warte, das erzähle ich alles Papa. Ich bin ganz ohr. So viel zum positiven Einfluss. Oh Mann, die eine aus der Parallelklasse, die da gerade vorbeigegangen ist, ist der Hammer. Wenn ich die nur sehe, oh, ich werde verrückt. Jägerdi, 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 Jägerdi. Ja, sag's ruhig etwas lauter. Jägerdi, 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 Jägerdi. Mann Finn, reiß nicht mal zusammen. Die Frauen denken doch, du spinnst. Und außerdem, was soll dieses alberne Jägerdi, 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 Jägerdi. Kann ich meinen Freundinnen gleich erzählen, was für ein Vollidiot du bist oder willst du noch eins drauflegen? Äh, gleich erzählen? Okay. Ist mir das Papa ein Leben? Wir sind verloren! Papa, komm zu dir! Okay, Mama hat eine Erkältung und muss heute den ganzen Tag im Bett bleiben. Wir müssen uns jetzt zusammenreißen! Ihr habt recht. Na also, wir müssten jetzt sinnvoll planen. Ich gehe einkaufen. Ich übernehme das Staubsaugen. Okay, dann mache ich heute den Abwasch. Aber nur einmal. Ausnahmsweise. Sehr gut. Papa, was machst du? Ich koche uns was Leckeres. Hilfe! Hilfe! Okay,顆 personally! Wirpassen! Bist du schon mal! Untertitelung des ZDF, 2020